Oh oh, Jungs, 18. Oh oh. Scheiße, 18 ausgerechnet jetzt. Scheiße, was... Ähm, wie jetzt 18? Naja, 18 halt. Also der Bauherr, Architekt oder Cheffe kommt. Und, ähm, was genau ist daran so schlimm, wenn die vorbeikommen? Man merkt echt, dass du Elektriker bist. Du, ich muss jetzt arbeiten. Ah nee, ist vorbeigefahren. Doch nur 21. Gott sei Dank, ich hätte vor Langeweile echt fast gearbeitet. 21? Dein Ernst? 21? Entwarnung? Ja, was denn? Das sah aus wie die Karre von dem Architekten. Alter, Junge, ich hab dir grad ein volles Bier weggeworfen. Naja, dafür kann ich ja jetzt auch nicht. Doch natürlich, mach den Job vernünftig da oben und halt aus, schau Gottverdammt, wofür bist denn du Dachdecker? Hammerhart, ehrlich, hammerhart. Junge, Junge, dem Dach sag ich einfach gar nichts mehr, Alter, ehrlich.